Ein Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder der Jesse, jetzt seht die Brille es auf, ihr wisst, ey, jetzt kommt wieder eines von diesen sehr sehr guten Videos. Ich hoffe ihr habt eine Kaffeetasse bei der Hand, das könnte jetzt ein paar Minuten dauern und wir steigen direkt ein. Ein kleines Dankeschön auch an Taret, dass sie mir das weitergeleitet hat. Diablo 4 bekommt jedes Jahr eine Erweiterung, wird jetzt den ein oder anderen wenig überraschen, weil Diablo 4 ist ja offiziell ein Service Game, bedeutet also es werden ja dauerhaft Inhalte versprochen. Wir haben ja jetzt mal die erste Season gespielt, also der ein oder andere ist da vielleicht auch noch dabei. Hier haben wir mal einen kleinen Season Charakter, zur Erinnerung, das Season Thema waren die Herzen. Also die haben auch in die ein oder andere Skillung eingegriffen, ein paar Sachen, so wie beim Neko. Vor allem mit dem Baba Herz war es dann auch möglich, relativ starke Skillungen zu spielen. Alles rundum eine Woche Spielspaß, muss man eiskalt so sagen. Die zweite Ankündigung wäre jetzt eben der Fall gewesen mit Season 2. Da gibt es noch keine ganz genaueren Informationen, wie das aussieht bezüglich der Vampirpower und was sich noch so ändert, weil es kommen ja auch vielleicht wieder ein paar Aspekte rein, ein paar Uniques rein. Aber es hört sich jetzt von Umfang an nicht nach mega viel aus. Und meine aktuelle Befürchtung ist, weil es wurde ja schon mal öfter auch angekündigt von Blizzard, es wird ja aktuell anscheinend schon an zwei Expansions parallel gearbeitet, also an Add-on 1, Add-on 2. Weil wenn du jedes Jahr ein Add-on bringst, kannst du natürlich nicht erst da anfangen daran zu arbeiten. Es ist ja auch immer wieder so, dass in Diablo an einer Season gearbeitet wird und ein zweites Team arbeitet schon an der anderen Season, damit die dann in den jeweiligen Zeitabständen auch schnell genug rüberkommen. Aber wenn wir uns mal ehrlich sind, wenn da jetzt noch so viele Mitarbeiter fehlen, wie viele Leute können denn dann bloß an einer Season arbeiten oder wie sieht denn das dann generell aus? Weil wenn jetzt hier an zwei Add-ons gearbeitet werden sollte, also wie es ja confirmed wurde, da müssen ja dann, wie viele sind denn da pro Add-on 10 Leute? Also ich hoffe mal, Punkt 1, das Personalmangel war eh schon ein großes Thema, dass das hier mal aufgegriffen und dass da mal was angeschoben wird. Und Punkt 2 war auch die Befürchtung, was ich so in den letzten Videos öfter mal geäußert hatte, hier auch mit meinem 100er, dass es sich dann natürlich so anfühlt und dass das natürlich nicht der spielerfeine Move wäre, wenn man die großen Inhalte, also wirklich Endgame-Content, Sets, Runen, neue Klassen, Skills und alles weitere, also wirklich auch den Ausbau der Talentbäume, weil es ist ja überall noch genügend Platz, um hier noch ein paar Talente für die jeweiligen Klassen hinzuzufügen. Wenn man das alles nimmt und einmal im Jahr hinter den 40-Euro-Add-ons setzt und die Season einfach nur so aufgewärmte Zwischensachen sind oder, wie es der werte Kollege Micha von Gamester gesagt hat, Mini-Betas, da war Blizzard nicht darüber erfreut, aber er hat nicht ganz Unrecht, also die Season 1 fühlte sich im Endeffekt an wie ein Testserver. Meine Frage nach einem PTR wurde verneint, also es soll ja für Diablo 4 keine Testserver oder so weiter geben, muss nicht getestet werden, läuft so alles super und da ist dann natürlich die Geschichte auch inklusive der Paragon-Boards, also wenn wir neue Boards, neue Skills und alles weitere immer nur im Zusammenhang mit so einem Kauf-Add-on pro Jahr kriegen, finde ich auch nicht ganz so gut. Ich dachte eigentlich, dass die Seasons, so wurde mir das auch ein bisschen kommuniziert, da könnt ihr auch gerne in die Kommentare eure Meinungen schreiben, ob ihr das auch so empfunden habt, dass die Seasons eher in die Richtung Pass of Exile gehen soll und schon gute Inhalte und viele Inhalte bringen und die Add-ons dann on top kommen mit von mir aus einer neuen Klasse. Ich meine, dass eine neue Klasse jetzt nicht in die Season gedroppt wird, das war natürlich mehr oder weniger klar. Das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, du merkst ja auch jetzt hier, wenn wieder mal was Neues dazukommt, dass das hier natürlich nicht einfach in der Season untergeht, sondern dass man damit auch ein paar Euros verdienen möchte und so. Das kann ich ja alles noch mehr oder weniger nachvollziehen. Das ist ja auch alles wert und weniger auch fein. Weil so wie der Neko jetzt in der Season, wo dann so ein Minion-Bild mit den Mendels und so spielen konnte, das ist ja auch alles schön und gut, sagen wir mal wie es ist. Das haut auch alles super hin, ist soweit kein Thema. Aber wenn es dann wirklich darum geht zu sagen, ja, wir kriegen jetzt pro Season immer nur Inhalte für eine Woche, wie es halt in Diablo 3 der Fall war, meistens, nicht immer. Es gibt auch ganz gute Season in Diablo 3. Dann würde ich das natürlich hier schon als ein bisschen, ja, schwierig erachten, wenn das dann heißt, so mit Add-on und Add-on. Und man muss mal fairerweise dazu sagen, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der auch mega darauf gespannt ist, wie denn dann so ein Add-on auch aussehen kann bei Diablo 4. Also es wurde ja so wie bei Season 1, da dachten wir ja, jetzt liefern sie richtig ab. Mal schauen, in welchen Umfängen die Add-ons dann an den Start gehen. Also da gibt es ja sicherlich auch noch ganz, ganz viele Möglichkeiten in alle jeweiligen Richtungen, um dann zu entscheiden, okay, das möchte ich so oder so haben. Oder vielleicht überrascht uns das dann hier so oder so. Weil wenn wir mal die Weltkarte aufmachen, ja, man sieht ja auch hier anhand der Weltkarte, Platz wäre noch genug für diverse Add-ons, für Gebiete, irgendwas hier wo anzuhängen. Also es ist ja jetzt nicht so, als wenn das irgendwie unmöglich wäre, bei den Karten hier noch ein bisschen was zu erweitern. Ich denke mal, da gibt es garantiert noch die ein oder andere Option zu sagen, okay, wir möchten hier noch was anbauen oder hier ist ein neuer Kontinent entdeckt. Fairerweise als jemand, der, ich glaube, 10 oder 12 Jahre WoW aktiv gespielt hat, fühlt sich alles ein bisschen in Richtung WoW an. Dann kommen immer wieder Kontinente und so weiter dazu. Und auch vom Preissegment her, wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, wir haben vier Seasons pro Jahr. Die nächste steht ja schon wieder vor der Tür. Du kannst jede Season ein Battle Pass kaufen für 10 oder 25 Euro. Und ein Add-on pro Jahr. Das Add-on, sind wir uns ehrlich, das wird wahrscheinlich in die Richtung 30, 40 Euro gehen. Vielleicht sogar in Kombination mit einem Battle Pass. Dann bist du bei 50 oder 60. Und wenn du dann halt von mir aus die Version hast mit 50 plus dreimal Battle Pass für 25 oder sonstiges, kannst du in Diablo 4 nochmal gut 100, zwischen 100, 150 Euro pro Jahr zusätzlich versenken, ohne dass du was im Shop gekauft hast. Also dann, wenn das der Bereich von dem Service geben ist, ich habe jetzt kein Problem für Diablo-Content zu bezahlen. Ich meine, ich habe ja auch hunderte Stunden schon gespielt und werde auch hoffentlich noch hunderte Stunden spielen. Ich habe aber noch nichts im Shop gekauft, weil so viel Anreiz hat es bis jetzt noch nicht gegeben, hier im Shop überhaupt mal zuzuschlagen. Außer vielleicht, dass man sich so einen coolen Mount Skin oder so weiter holen könnte. Wenn ich mal mit einer Season, mit dem Battle Pass aus der Season genügend Platin oder so habe, dann könnte ich mir das vorstellen, dass man dann sagt, okay, da hole ich mir mal hier Sternschnuppe. Weil das sieht doch ganz funny aus, das Mount. Also da könnte ich mich da mal hinreißen lassen, einen 10er oder sowas auszugeben, okay. Aber ansonsten ist da noch nicht genügend Anreiz. Also da dürfen wir mal definitiv gespannt sein. Man muss fairerweise dazu sagen, dass jetzt hier, das wirkt auch so ein bisschen auf von den Statements bei den Interviews. Also ich hatte ja selber ein Interview während der Gamescom, da kam mir jetzt nicht so viel raus. Dass Blizzard auch ein bisschen überrascht ist, dass ihnen die Spieler weglaufen. Das ist auch übrigens ein Thema. Ich verlinke euch mal von Wowhead die Dinge darunter und unserer Podcast-Folge, weil in der neuesten Podcast-Folge sprechen wir auch mit Maurice drüber, über die Spielerflucht aus Diablo 4. Weil da darf man natürlich nicht vergessen, dass die Zahlen bei Diablo 4 extremst eingebrochen sind. Dass du teilweise für Worldbosse keine Leute mehr findest. Und dass sie jetzt trotz des Gold- und XP-Wochenendes, wo du ja 25% mehr Gold und XP bekommst, und Diablo 4 noch im Sale war, also dir war noch 25% billiger, ja, gefühlt sich nicht viel ändert. Weil es halt als Grundspiel ist es ganz solide, aber es fehlen halt hinten raus die Inhalte. Das ist eh die ewig gleiche Leier. Sieht halt momentan so aus. Und ich bin mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier frage in den Chat so an die Community, wir haben eher eine relativ Diablo-orientierte Community. Als Diablo-Channel ist das natürlich klar. Wer von euch jetzt aktuell noch Diablo 4 spielt, oder wer auf die nächste Season wartet, kann ich mir die Meinungen gut vorstellen. So, meine Damen und Herren, ihr wurdet abgedatet. Die Message war, jedes Jahr ein Add-on. An zwei Add-ons wird jetzt gleichzeitig schon daran gearbeitet. Wir haben noch nichts daran gesehen. Wir müssen einfach daran glauben. Aber ich denke mal, war zu erwarten, dass wir das erste Add-on auf der BlizzCon bekannt gegeben, oder beziehungsweise, dass die BlizzCon, die dieses Jahr Anfang November wieder stattfindet, genutzt wird, um das erste Add-on inklusive erster Klasse und so weiter groß zu präsentieren. Jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.